Wer wie was? Herkömmliche Kundenbeziehungsmanagement-Software macht Kundenbedürfnisse greifbar, deckt Verkaufschancen auf und ermöglicht ihnen eine lückenlose Kundenkommunikation. Lückenlos? Nicht unbedingt! Denn die Art, wie wir kommunizieren, hat sich in den letzten Jahren radikal verändert. Social Web mit Fachforen, Blogs und Facebook gewinnt weltweit bei Informationsbeschaffung, Recherchen und Kaufentscheidungen immer mehr an Bedeutung, wird aber in der Regel von CRM-Systemen nicht abgebildet. Es ist an der Zeit, Social Media zu Ihrem Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Social CRM von Update integriert die Informationen aus dem Social Web nativ in Ihr CRM-System und ermöglicht Ihnen, direkt mit Ihrer Zielgruppe in Dialog zu treten. Klingt gut, aber wie funktioniert? Mit dem Social Media Monitoring Tool CRM Discovery erkennen Sie Trends, Meinungen, Bedürfnisse und Probleme frühzeitig. Wenn sich beispielsweise potenzielle Kunden in Fachforen über Anbieter oder Produkte austauschen, ist Ihr Vertrieb via CRM Discovery informiert und kann diese Verkaufschancen sofort nutzen. Oder einer Ihrer Nutzer klagt über eine Herausforderung in einem Fachforum. Auch Ihr Serviceteam weiß Bescheid und kann sofort reagieren. Selbst mit anonymen Interessenten können Sie in Dialog treten. Mit einer Einladung zu Ihrer eigenen Community-Plattform. Ihre eigene Community-Plattform. Ja, denn mit CRM Loop lassen Sie Ihre Kunden, Partner, Mitarbeiter, aber auch Interessenten aktiv an Unternehmensprozessen teilen haben. Der direkte Austausch schafft dabei Raum für den Austausch von innovativen Produktideen, Servicefragen, aber auch Kampagnenumfragen. So wissen Sie als Erster, was Ihre Zielgruppe beschäftigt und können sofort, punktgenau und kostensparend reagieren. Also, worauf warten Sie noch? Seien Sie mit nur wenigen Klicks dem Mitbewerb einen Schritt voraus und holen Sie sich das Social CRM Whitepaper auf www.update.com.de. www.update.com.de